Vielleicht sollten wir über die wichtigen Details sprechen, die dabei bei der Geschichte jetzt rausgefallen sind. Und zwar Animoji. Sind also animierte Emojis in 3D, die möglicherweise mit deinem Gesicht gesteuert werden können. Also du lächelst und der Haufen Kacke lächelt auch. Das ist das wichtigste Feature. Das verkauft Geräte. Das verkauft ernsthaft Geräte. Definitiv. Und nicht so wie dieser 3D-Scanner von Sony. Die Lern-Setups, die haben schon Geräte verkauft. Ja, also es sieht auf jeden Fall lustig aus. Also keine Frage. Nett. Und wie Kabel Sasser, der das auch da schon gleich angemerkt hat, ist es definitiv besser als das, was die Apple Watch an Smileys und diesen dämlichen Handschuhhänden aufgefahren hat. Die immer noch existieren, glaube ich. Normalerweise schicke ich relativ regelmäßig Alex diese Dinge. Aber habe ich vergessen. Selbst sie sind mir irgendwie aus dem Gedächtnis geraten, dass die existieren und die sind zu furchtbar. Also es ist wirklich absurd. Die sind wirklich furchtbar. Ich hoffe wirklich, dass es echt eng ist. Es ist wirklich scheußlich. Es ist nach wie vor ein Rätsel, wie die da rein geraten konnten, dass irgendwie Tony Alp explodiert ist oder so etwas gesehen hat. Das ist also völlig unverständlich. Die Alp-Traum-Handschuhe. Handschuhe sind echt absurd. Und ja, ich meine, diese animierten, also dann in der Kombination natürlich mit dem Gesicht sein soll, das ist ja auf jeden Fall lustig. Ob das natürlich dann mehr als irgendwie eine lustige Spielerei ist, nochmal was anderes. Also ich meine, es sind ja immer so ein paar Modelle rausgefallen hier. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Kannst du auch, kannst du auch Emojis animieren, die kein Gesicht haben? Also kannst du einen, weiß nicht, einen Döner-Emoji mit einem Lächeln versichern? Ja, das wäre sicher gut. Aber ich glaube nicht. Nee, aber das ist, glaube ich, schon eine nettere Spielerei als jetzt der 3D-Scanner bei Sony oder weil das halt irgendwie in iMessage eingebaut ist. Man hört in den USA, wer iMessage bei den Kids irgendwie voll beliebt. Denn ich glaube, das ist eine schöne Kombination. Und natürlich auch super ärgerlich für das Team, das sich jetzt gefreut hat. Ich glaube, das ist tatsächlich nervig, wenn die jetzt irgendwie zwei Jahre an diesen Emojis gearbeitet haben. Ja, klar. Und jetzt fällt es halt zwei Tage vorher auf Twitter raus, weil irgendjemand den Link da an Reddit gepostet hat. Das ist schon ärgerlich, aber ich glaube, es macht auch keinen Unterschied. Ja, aber es ist auch wurscht, weil ich meine, dass du dich vielleicht darüber ärgerst, ist ja okay. Aber ob das jetzt zwei Tage vorher irgendjemand, einen Ausschnitt der Leute gelesen hat, die sich dieses Gerät, Interesse an dem Gerät haben und sich eventuell eins kaufen oder nicht, ist ja völlig egal unterm Strich. Wenn du überlegst, in welchen Größendimensionen die Ankündigung am Dienstag erfolgt. Und ja, ich argumentiere auch, also dieses Wochenende war ja dann, also von Samstagmorgen wusste man schon, okay, das wird ein belebtes Wochenende mit so Golden Masters in der freien Wildbahn vor Veröffentlichung. Man argumentiert so ein bisschen irgendwie oder ich habe argumentiert mit Leuten, die halt gesagt haben, jetzt ist die ganze Überraschung vorbei. Ich sehe natürlich, dass das der Fall ist, aber man muss auch sagen, irgendwie diese Keynote wird nicht hängen bleiben so, als irgendwie so, wo du dich in drei Monaten noch ärgerst, irgendwie so, ah, verdammt, ich wusste das alles vorher, sondern was halt hängen bleiben wird, werden halt diese Geräte und diese Software und das ist doch cooles Zeug. Also das, ich glaube, das ist ein bisschen kurzfristig da, oder man schaut da zu kurz, wenn man sich jetzt irgendwie ärgert, dass man gespoilert wurde oder so. Also ich bin ja auch jemand, der nicht gern gespoilert wird, aber ich glaube auch, dass wir in zwei, drei Wochen nicht mehr über diese Keynote reden, also zumindest die konkreten Ankündigungen über diese Keynote, sondern halt dann die Geräte benutzen.